Ich hatte noch eine Frage zum Bildschirm. Wie genau die Druckempfindlichkeit da ist, bzw. wie viele Stufen? Das weiß ich gerade selber noch gar nicht. Also der Bildschirm hat, glaube ich, 16 verschiedene Druckstärken. Das haben wir allerdings im Treiber noch nicht drinnen. Aber machbar wäre es. Aber ich muss sagen, er funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich habe, wie gesagt, einen XFCE laufen und da ist noch nichts auf fingerfreundlich optimiert. Da steht halt wirklich so kleine Fensterchen drinnen. Und ich bediene das Ding teilweise mit dem Finger und erwische die richtigen Sachen. Für die Leute, die jetzt sagen, nee, sie wollen nicht ständig... Zeig mal deine Finger. Wie groß sind die? Ja, ich glaube, Normalgröße. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, hey, ich will mit dem Ding nur spielen. Ich will nicht ständig das Touchscreen verwenden. Wir haben auch so einen minimalen Launcher mit drin, der dann mehr an Spielekonsolen angelegt ist. Da wähle ich einfach nur das Spiel aus und brauche keinen Touchscreen und gar nichts und kann starten. Was wir auch gemacht haben, also wir haben auch wirklich an die Leute gedacht, die mehr spielen wollen. Wir haben ein kleines System entwickelt für das Ganze. Das ist dieses PND-System. Das sind im Prinzip ISO-Dateien oder Squash-FS-Dateien, die noch eine kleine Zusatz, eine XML-Datei mit dran haben, in der die Spieler alle Bildschirmfotos haben können, Icons haben können und eine Kategorie haben. Das Ganze wird automatisch erkannt. Das heißt, ich lege meine SD-Karte ein, alle PNDs, die drauf sind, werden automatisch erkannt und erscheinen sofort im Menü. Richtig kategorisiert. Das heißt also, wenn jemand wirklich keine Ahnung hat, er kann das Ding runterladen. Ich habe es auch selber schon mit dem Gerät im Internet probiert. Ich bin auf eine Webseite gegangen, habe mir die PND-Datei runtergeladen, auf den Desktop geschmissen und zack, war sie im Menü drinnen. Also ich muss da jetzt nicht mehr etwas umständlich installieren und entpacken, sondern ich kann einfach runterladen, draufschmeißen, spielen und wenn mir das Spiel nicht mehr gefällt, dann lösche ich die PND-Datei wieder. Das ist da ein eigenes System. Das ist auch natürlich Open-Source und vielleicht findet es noch in anderen Embedded-Lösungen den Einsatz. Weil es haben uns viele gefragt, warum erfinden wir das Rad neu, warum nehmen wir keinen Package-Manager, die es ja für Linux schon in Massen gibt. Das hat aber ein großes Problem. So ein Package-Manager basiert immer auf einer Datenbank, wo er sich merkt, was installiert ist. Wenn die Dateien auf einmal weg sind, dann kommt er gar nicht mehr damit zurecht. Das heißt, wenn ich jetzt die Spiele auf SD-Karte habe und ich installiere die über einen Paket-Manager und mir geht die SD-Karte kaputt, dann weiß das das System nicht. Das heißt, im System tauchen die ganzen Programme noch auf, aber sie existieren nicht mehr. Das kommt dann irgendwann zu einem riesen Chaos und ich kann mein System eigentlich komplett neu aufsetzen oder sagen, installiere mir alle Pakete nochmal neu. Genau aus dem Grund haben wir eben so eins gemacht, wo wir sagen, okay, in dem Fall reinlegen wird erkannt, wird als File-System gemountet und kann einfach gestartet werden. Also ist jetzt nur die Software offen oder ist jetzt auch das Board auch offen? Also wie ist Beagle-Board? Also das habe ich vorhin schon mal gesagt, das Board an sich ist noch nicht offen. Einfach aus dem Grund, wenn wir es damals schon geöffnet hätten, dann hätte es tatsächlich sein können, dass irgendein großer Hersteller sagt, hey, die Idee ist gut, das Board habe ich den Schallplan schon da, das produziere ich jetzt in Massen und kommt uns zuvor. Aber dadurch, dass wir eben eine kleine Gruppe sind und auch nichtige Finanzen haben, um mal Geld reinzustecken und es auch größtenteils in der Freizeit entwickelt haben, gab es eben viele, viele Verzögerungen, auch durch Unwissenheit von uns. Und dadurch ist eben dazu gekommen, dass es zwei Jahre lang gelaufen hat. In der Zeit hätte das eine andere Hersteller locker nachbauen können. Ich würde nicht ausschließen, dass wir es überhaupt nie veröffentlichen. Also wenn das Gerät sich wirklich etabliert hat, wir haben zumindest unsere Ausgaben wieder drinnen, damit wir nicht ganz im Miesen stehen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das Ganze auch mal veröffentlichen. Also laut Wikipedia steht das O von OMAP für Open, aber OMAP ist jetzt nicht irgendwie offen, oder? Der OMAP ist eigentlich ein Prozessor von Texas Instruments. Aber dass der offen ist, das wäre immer neu. Also gut, wo sich Texas Instruments Mühe gibt, muss ich sagen, ist, dass die Treiber, die sie entwickeln, offen werden. Es sind zwar noch einige Closed-Source-Treiber dabei, allerdings auch der WLAN-Treiber und die Open-Max-Hardware-Beschleunigung, die wird schon recht offen. Aber ob das OMAP von Open kommt, das wäre mir jetzt neu. Nochmal eine Frage an Sie persönlich. Sie haben einen normalen Job und Sie entwickeln nebenbei noch einen Open-Source-Spiel-Handheld. Wie machen Sie das? Arbeiten Sie dann nur Halbzeit oder wie machen Sie das? Nee, ich arbeite eigentlich doppelt. Also gerade jetzt in den letzten Wochen, wo wirklich viel los war, meine Freundin ist auch anwesend, die kann auch das gerne bestätigen. Sie hat sehr wenig von mir. Ich habe momentan vier Stunden Schlaf pro Nacht. Also ich bin immer um sechs Uhr morgens ins Bett gekommen, da ist sie gerade aufgestanden. Und ich bin dann wieder um zehn Uhr aufgestanden und Richtung Arbeit weiter. Also es ist schon ein Knochenjob, aber es ist halt einfach was, es ist was Schönes. Also wenn ich mich auch wirklich schaue, es war ein sehr, sehr langer Weg und ich bin dazwischen wirklich teilweise wahnsinnig geworden und habe gedacht, das gibt es nicht. Jetzt ist alles vorbei. Aber es ging halt dann immer wieder weiter. Jedes Problem, das wir hatten, haben wir gelöst. Es ging weiter und jetzt sind wir fast so weit. Und es erfüllt einen natürlich auch mit Stolz. Und da sage ich jetzt, okay, jetzt die letzten Skripts, die noch für das Betriebssystem dabei sind, die mache ich jetzt nachts. Die paar Stunden Schlaf hole ich dann irgendwann nach. Aber es ist sehr, sehr viel Enthusiasmus dabei. Also bezahlen könnte es wahrscheinlich keiner. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Ja, wenn wir schon bei dem Problem waren, da wollte ich mal fragen, was war für Sie das Problem, das so richtig an die Nähe ging? Also da gab es eigentlich mehrere. Das erste Problem war, das hatte einer der Hauptleute, wie gesagt, Craig aus England. Er hat zwar der Bank vorher Bescheid gegeben, dass Riesenbestellungen kommen, weil wir ja an einem Tag gesagt haben, so die Vorbestellungen gehen los. Und wir haben halt dann wirklich 3000 Geräte an einem Tag verkauft. Und dann kamen eben 3000 Mal diese, damals waren es noch 250 Euro, auf ein Konto. Viel haben über Kreditkarte gezahlt und bei Kreditkarte haftet leider das Unternehmen. Daraufhin ist erstmal das Bankkonto gesperrt gewesen. Und für mehrere Monate ging gar nichts, weil wir das Geld nicht zur Verfügung hatten. Das war, wo ich mir auch gedacht habe, oh je, jetzt was machen wir. Wir können nichts machen, wir können ihn nach vorne hin, nach hinten. Wir wissen nicht, wie lange das mit der Bank dauert, bis sich es löst. Es hat dann tatsächlich ein paar Monate gedauert, aber es hat funktioniert. Dann ein anderes, das waren immer so Geschichten, wie ich dann auf einmal gehört habe. Also Wi-Fi war auch noch was, was an die Nieren gegangen ist und noch geht. Weil wir wussten am Anfang nicht, ist es jetzt die Hardware, das Wi-Fi nicht geht oder ist es die Software. Inzwischen haben wir mehrere Tests laufen lassen und sind eigentlich zu 99 Prozent sicher, ist es wirklich die Software. Weil es einfach der SDIO-Treiber ist, der fehlt, Wi-Fi an sich geht. Nur die Übertragung an sich nicht. Dann natürlich unser anderes Problem, wir lassen die Gehäuse in China produzieren. Weil überall anders, da hätten sie es zehnfache gekostet, da hätten wir das Gerät auch nie auf den Markt bringen können. Aber wer mal mit China zusammengearbeitet hat oder sich mal Dokumentationen anschaut, die Arbeitsmoral da ist schon extrem interessant. Also die Arbeitsmoral in China ist so, man muss wirklich einen vor Ort sitzen haben, ansonsten tun die nichts. Und sie sagen einem immer, sie kennen auch in ihrem Sprachwortschatz das Wort Zun. Also bald gibt es für die überhaupt nicht. Zeitliche Angaben gibt es da überhaupt gar nicht. Wir haben dann irgendwann mal einen gefunden, der Chinesisch spricht, den wir dann als Mittelmann eingesetzt haben. Und der hat dann sehr, sehr viel geklärt, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und seitdem funktioniert es auch besser. Also da ist jetzt auch im letzten Monat, glaube ich, an den Gehäusen mehr passiert, als in den letzten fünf Monaten davor. Das war dann auch so was. Weil du denkst immer wieder, du hast wieder einen Termin. Die sagen dir, da kommt was, da kommt was. Du sagst der Community weiter in gutem Glauben. Ja, sie haben gesagt, da kommt was. Und wenn da natürlich nichts kommt, dann kommen die Rufe aus der Community wieder laut. Es sind zwar immer nur ein paar wenige von, wenn ich schaue, wir haben 4000. Ein paar fangen dann an zu jammern und zu sagen, jetzt ist wieder nichts. Jetzt sag mal was, jetzt sag mal was. Und du sitzt selber da. Ja, ich weiß doch auch nichts Genaueres, als was ich gerade gesagt habe. Lass Zeit, wir erfahren schon noch was. Aber es geht natürlich auch schon an die Nieren. Vor allen Dingen, weil man ja wirklich bedenkt, dass einem immer im Nacken sitzt. Ich habe Leute, die haben 300 Euro für das Ding finanziert. Wenn irgendwas schief geht, dann darf ich persönlich 300.000 Euro zurückzahlen. 300.000 Euro, die ich an sich so nicht habe. Das heißt, ich dürfte ja im Prinzip alles, was ich in meinem Leben jemals erwirtschaftet habe, wäre ich erst mal los. Also das ist schon so eine Geschichte, die sitzt einem im Nacken. Aber jetzt so kurz vor Schluss muss ich sagen, es war eine Achterbahnfahrt, aber sie war irgendwie wirklich ein interessantes Erlebnis. Ich möchte es auch nicht missen. Also war schon toll. Du würdest es immer wieder machen? Ob ich es immer wieder machen würde, sei dahingestellt. Beim Nächsten hätten wir ja vielleicht schon etwas Grundkapital und mehr Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich finde es echt fantastisch, auch was die Community, wie geduldig die war. Und es zeigt auch wirklich, dass es nicht nur mehr Kommerz in dieser Welt gibt, sondern dass es auch Leute gibt, die wirklich dahinter einem stehen, auch wenn es mal Probleme gibt. Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und das habe ich so in der normalen Welt, sieht man das selten. Da geht es immer schnell, schnell und es gibt gleich Beschwerden, wenn das nicht funktioniert. Aber hier in diesem ganzen Open-Source-Bereich, da sind viel, viel geduldige Menschen, die auch wirklich drauf warten. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. Und ich denke, es ist ein riesen Applaus wert. Michael, der ist für dich. Dankeschön. So, liebe Leute.